hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge new super luckys tale heute mit stinkpfade das stinkparade vorlesen was zum geier bist du denn ist mal mehr salat junge der karottenkönig sei gegrüßt bauer ich stehe nun als gleichgestellter vor dir doch einst war ich mehr als das ich war der könig dieser lande könig der hasen und der karotten ein gerechter könig von meinen untertanen geliebt doch das war früher dann kamen die knobläuche die knobläuche mit ihren üblen gerüchen und dem bitteren gelächter die vertrieben uns von unserem land unsere heimat seit generationen unsere hoffnung verloren aber wo du schon mal hier bist ein neue hoffnung in mir auf ein neuer tag erhebt sich über unsere lande ja ich kann es sehen du wirst uns dabei helfen die knobläuche zu vertreiben meine agenten sind dir voraus gegangen in das stinkende kunstige labyrinth das jenseits dieses buches liegt finde meine agenten befreie sie und gemeinsam werden wir dem knoblauch könig und seinen schergen im herzen des labyrinths entgegentreten gemeinsam werden wir zurückerlangen was uns gestohlen wurde an diesem tag wird man sich erinnern was wir geleistet haben werden wird man uns nie vergessen auch in ferner zukunft nicht sie werden lieder über unsere freundschaft schreiben verladen über unsere helden tat oder an unsere eroberung vorwärts bauer zu ruhm und ehre vorwärts bauer sagt er also wie bei bleib und ja aber ja 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 So, haben wir schon mal glatt hier. Wow, wie schön, dass du gekommen bist, Bauer. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Dieser Käfig war so eng, ich konnte mich seit Tagen nicht richtig bewegen. Und außer Gras gab es ja nichts zu essen. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Grünzeug ist prinzipiell schon in Ordnung. Aber die ganze Zeit nur Gras? Wenn man dieselbe Sache immer und immer wieder isst, wird man jedenfalls depressiv. Egal, was es ist. Nun, ich bin endlich frei. Ich werde sofort in den Durchgang zum Thronsaal des Knoblauch-Königs-Island. Du solltest auch dorthin gehen. Tschüss. Sechs Agenten gibt's. Das ist ein Schumann, ich bin. Ich habe jetzt noch zu sofort gesehen. Wow. du bist also der bauer von dem ich gehört habe um ehrlich zu sein hätte ich gedacht du wirst ein wenig größer aber egal du siehst aus als wärst du bereit weiter zu ziehen und dieses gespräch zu beenden ich stehe schon ich rede auch nicht gerne wir sollten uns um diesen knoblauch für mich künftig kümmern und dann eine wohlverdiente pause nehmen was meinst du klingt gut klingt gut hier ist das ist gelungen wir haben noch fünf einen teilen Was ist der hier jetzt? Lieb ich? Das ist Knoblauch. In dem lieblichen Buch, ne? Wow, ja, Gott sei Dank bist du hier, Bauer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin seit einer gefühlten Ewigkeit in diesem Käfig. Das fühlt sich an wie ein ganzes Zeitalter. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn es einem vorkommt, als könnte die Zeit nicht schnell genug vergehen. Hattest du schon jemals das Gefühl, dass du einfach nur irgendwo anders sein möchtest? Dieses Gefühl, dass du gerne irgendetwas anderes tun möchtest. Nur nicht das, was du gerade tust. Und dein Verstand dreht sich nur im Kreis und deine Gedanken führen zu keinem Punkt. Immer und immer wieder rundherum in einem zwecklosen Wettrennen ohne Start und Ziel. So ungefähr habe ich mich die letzten Tage in diesem Käfig gefühlt. Du weißt, äh, und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Das ist gar nicht mein richtiger Job. Ernst, der König hat mich hierher geschickt, um die Knoblöche auszuspionieren. Aber ich wurde eigentlich als Liederdichter des Königs eingestellt. Als wäre das nicht anstrengend genug gewesen. Der König verlangt ständig nach neuen Liedern. Eine Ballade im Gedenken an dieses, eine Ode an jenes. Ein Mal für jeden Geburtstag. Wir sind Hasen. Du hast keine Ahnung, von wie vielen Geburtstagen wir hier sprechen. Ich schätze, ich kann mich trotzdem nicht beschweren. Mehr Lieder bedeuten mehr Arbeit. Mehr Arbeit bedeutet mehr Karotten. Und meine Frau mag Karotten. Das kann ich dir sagen. Ich weiß gar nicht, wo sie die alle hinunterkriegt. Ich denke also, es ist gar nicht so schlecht, so viel zu tun zu haben. Die Alternative wäre auch ziemlich öde. Ich bin seit Tagen in diesem Käfig gefangen. Aber eine Menge anderer Hasen, die ich kenne, sind in einer anderen Art Käfig gefangen. Ein Käfig der Langeweile. Völlige Langeweile. Wo jeder Tag mit dem vorherigen verschwimmt. Und mit jenem danach. Sollte ich auch mal aufzuladen? Ein Käfig für den Verstand. Aus so einem kommt man wesentlich schwieriger wieder heraus, als aus einem stehlenden Fidälen, den du umgeworfen hast. Übrigens, du hast diesen Käfig mit ziemlicher Leichtigkeit umgeworfen, hm? Weißt du, ich frage mich, wieso ich das nicht schon selbst versucht habe. Warte mal. Oh, mein Gott. Dieser Käfig ist leicht wie eine Feder. Ich hätte jederzeit einfach fliehen können. Seit Tagen war ich hier drin und habe gewartet und gebetet, dass jemand vorbeikommt. Aber hier hätte ich einfach abbauen können. Ich habe es gar nicht erst versucht. Vielleicht war ich ja auch in einem Käfig des Verstands. Ich dachte, ich wäre gefangen. So war ich es. Ich habe versagt, ehe ich es überhaupt versucht habe. Also, ich kann dir sagen, das wird mir sicher nicht nochmal passieren. Und niemals wieder werde ich auf ein Ereignis in meinem Leben zurückblicken und bereuen, etwas nicht versucht zu haben. Ich werde das Lied schreiben, das ich immer im Kopf hatte. Das Lied für mich. Nicht länger, dieses Gesäuse für den König. Und ich werde mir endlich dieses Boot besorgen. Aber zuerst müssen wir weitergehen und uns um den Befehl des Karottenkönigs kümmern, diesen Knoblauchkönig zu vertreiben. Ich will schließlich nicht meinen Brotjob verlieren. Halt doch mal den Schnabe jetzt. Lass mich weiter spielen. Das labert ja so viel. Ein Hase braucht schließlich Futter, nicht wahr? Hier, ich gehe nach oben in den Thronen. Sei das Knoblauchkönig. Treffen wir uns dort, sobald du kannst. Oh, und danke, Lacki. Du bist ein guter Zuhörer, weißt du? Wirklich? Könnte ich wirklich ewigkeitenlang klaudern? Aber das müssen wir wohl verschieben, oder? Ich werde dich gehen lassen. Eine letzte Sache wäre da noch. Ich will, dass du aus dieser Sache lernst. Lerne aus meinem Fehler. Lass dich nicht von deinem Verstand zurückhalten. Wenn du etwas tun möchtest, dann erledige es. Ciao. Alter, Verwalter. Ich dachte, der hört gar nicht mehr hoch. Das funktioniert nicht. Da müssen wir nochmal so machen, oder? Das funktioniert nicht. Naja, danke trotzdem, dass du mich aus diesem Käfig befreit, dass ich meine. Das ist das Mindeste, was du tun konntest. Nein, nein, kein Grund, mich zu berühren. Ich würde dir ja auch die Bote schütteln. Aber du weißt schon, so siehst aus, als hättest du im Dreck herum gewöhnt. Ich begebe mich jetzt zum Tor des Thronsatzes, du Knoblauchkönigs. Vielleicht nimmst du erst einen Bart und kommst dann ebenfalls, damit wir den Auftrag des Karottenkönigs zu Ende bringen können. Wie schön frech hier, oder? Und die Viecher. Die können froh sein, dass ich keine Hackbraten mache, oder? Willkommen zurück. So, bist du ja sauber. Oh, hier haben wir den Uck gelohnt. Fehlt ja nur noch den Uck, sonst weiter nichts ist, wa? Hey, jetzt sind immer noch ein paar von unseren Teammitgliedern im Labyrinth da draußen gefangen. Such einen Weg umher und frag nach, ob wir vielleicht eine helfende Fute gebrauchen könnten. Der Knoblauchkönig ist ein Keinschwächling. Wir brauchen alle Leute, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir durch diese Tür gehen, um zur Tat zu steifen. Da ist der Knoblauchkönig. Ah, okay. Da ist der Knoblauchkönig. Da ist der Knoblauchkönig. Da ist der Knoblauchkönig. Da ist der Knoblauchkönig. Oh Gott. Oh, der Mund. Okay, das war das Zählen. Gut, 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 gut. Jetzt fehlt ja nur noch das K. Da ist der Knoblauchkönig. So ist der Knoblauchkönig. Na, wie kommen wir denn da drüber? Guck dir mal an, wie ... richtig viele viele sachen 8 hier wollen hallo bauer du hast also mit dem könig gesprochen ja wer hat es dir gefallen er spricht ziemlich viel daran mussten uns alle erst einmal gewöhnen aber er ist ein guter kerl wenn man ihn einmal kennenlernt übrigens wie hat dir das letzte level gefallen das mit den hühnern wir waren zur selben zeit dort ich habe dir aus den bischen zugesehen das mich also wahrscheinlich nicht bemerkt deine sprungkünste habe mich wirklich sehr beeindruckt also bin ich hierher zurückgekommen und habe dem könig von dnc damit du weißt ich bin derjenige dem du für diese sache denken muss wenn all das hier vorbei ist könnten wir uns doch im level 4 auf einen karotten saft treffen was meinst du aber jetzt werde ich mich mal über das tor in den thronsaal des knoblauchkönigs schwingen wir treffen uns später dort okay okay geht ok gut gut Oh Das war ja super Jetzt fehlt uns nur noch ein Buchstabe und ja die letzte Seite Okay Oh Das U hat ja noch gefehlt Um zu wissen, ob man denn da hält Okay Jetzt fehlt uns nur noch ein Buchstabe Davor hatten uns tatsächlich noch zwei gefehlt Oh Wir droppen dann noch mal Kohle Hallöchen Oh So wie hier ein wunderschöner Dienster Ah hier kann man so rüberspringen Das macht natürlich zu Ähm Jetzt kurz gucken Was war denn hier nochmal Hier kommen wir zum Bolz Okay okay Ich hab mal versucht das B Jetzt bin ich beim B Oh Ich hab mal versucht das B Ich bin das B Ich bin das Ich bin das B Das B Okay, all right. Das ist der letzte Blutkörbe. I'm so lucky, 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 lucky. Das ist der König, König Knugloch. Haben wir alle Bus frei? Nee, fehlt noch einer. Ich dachte, ich komme zu spät. Tatsächlich ist es ziemlich gerade zum Zeitpunkt. Jo, Bauer, übte Klamotten. Schon klar, du weißt natürlich, dass das sarkastisch gemeint war. Wo hast du denn diese Klamotten überhaupt her? Lass mich raten, aus Giovannis Laden, stimmt's? Ich wusste es. Dieses Auftritt trägt definitiv Giovannis Handschrift. Und ja, an dir funktioniert es irgendwie. Aber ich würde mich nicht mal um Mitternacht damit auf die Straße bauen. Übrigens, ich werde zum Tor der Kammer des Knoblauchkönigs gehen. Dann treten wir uns dort und erledigen wir die Sache ein für allemal. Wenn du gute Arbeit leistest, kannst du mir mit der Belohnung des Karottenkönigs auch ernsthafte Kleidung leisten. Ja, ich habe heute schon bis 15 Uhr kurz geframt gehabt. Tatsächlich. Aber ich dachte mir... Von wegen... Irgendwie habe ich noch Bock. Ich mache noch weiter. Mit Ella hatte ich mich ja heute auch schon getroffen. Alles schon erledigt. Meine Agenten sind alle beisam... Warte, ne, allesamt bereit zu suchen. Lasst uns diesen Knoblauchen zeigen, wozu... Wer glaubt es, meine Höhle des Gestanks zu betreten? Ich bin es, König Karotte, der rechtmäßige Herrscher dieses Reichs. Die Tage, an denen du diesen Ort mit deinem Gestank erfüllt hast, sind gefehlt. Du magst es, so mit mir zu sprechen? Es ist noch nicht so fein. Danke für die Hilfe, Lacki. Hier. Ich sollte diese Seite eigentlich dazu benutzen, um darauf meine königlichen Erlässe zu notieren. Aber ich denke, du solltest sie haben. Aber lieb von dir, dass du mir die Seite gibst. Ich bin es, ich bin es, ich bin es, ich bin ich nicht nur. Und wir holen mit dir, ich bin es jetzt. Die Seite ist komplett beschleunigt. Auch das keine Frage nach demsten. Wenn ich die Seite leider nicht was mache, will ich eigentlich zu sehen werden. 100% erledigt. Ein echter Veggie-Villager abgeschlossen. Habe ich damit alle Level gemacht? Neue Kostüme freigeschaltet. Hey du hast jede Zeit in dieser Welt gefunden. Ich habe an etwas Besonderem für dich gearbeitet. Eine Art Rubinier. Komm in meinen Laden und sieh es dir an. König Karotte? Ja, nee ist klar. Dabei sieht er aus wie eine Zwiebel. Ne, das war König Knoblauch hier. König Karotte war der Hase, der dicke Hase. Achso, das ist das Kostüm von der Dings hier. Von der Tess. Kann man so als Tess rumlaufen? Ok. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Dafür müsste ich hier so ein, zwei Dings hier nochmal machen. Okay? Das ist. Ohhhh... Vielen Dank für's Zuschauen Leute, bis zum nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal.